Klop, klop, klop. Du, 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 du. Hörscht mal bald auf ey! Oha, hörst du mal bald auf ey! Hörst du mal bald wieder auf. Was goes around, comes back around. Nein! Nein! Ich gebe verschiedene Karten, du musst immer die gleiche Farbe legen. Ich weiß wie es geht. Ok. An Start. Doch, ich bin nicht mit Maxi im Team. Solange man dich denken muss, ist alles gut. Nein! Hä? Freue ich doch. Das Stream-Team ist back, Alter. Ich freue mich, nächste Runde mit dir zusammen zu sein, Maxi. Aber Maxi, du musst jetzt sieben Karten ziehen. Was, sieben? Ja, weil ich eine Siege gelegt habe. Muss auf den Stapel drücken. Warte, geht das? Kann man auf den Stapel drücken? Jeremy, lass niemals Eimer spielen. Gut. Dann mach du doch mal. Uno! Ah, Maxi! Nein, warte, warum? Das ist auch deine Sprachaktivierung. Du musst nicht reden, du musst unten rechts drücken. Unten rechts? Ja! Das ist nicht angezeigt. Du hast eine Eins. Nein! Du zwei. Dass du es einfach gemerkt hast. Na, was hast du denn da? Der hat nicht Uno gesagt. Jeremy, wir spielen für dich. Das war mit deinem Lauf. Wofu? Ja, ich denke, das spiel war schon nicht. Ja. Was ist das? Ist das plus vier? Nee, das ist so eine Farbe ausgesucht, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Uno! Nee, das kam nicht ineinander. Ich seh Jeremy. Alter, Eimer, ich seh deine Karten. Ah jo! Das wird das jetzt. Das ist wirklich jetzt erst. Ja, Eimer, du machst deine Karten voll schrumpft. Die darfst du eigentlich nicht sehen. Ja. 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 Wow. Wow. Ja. Ja! Okay, Asus. Ja! Let's go! Gewonnen! Woo! 204 Punkte. Ey, das ist doch easy. Dieses plus vier halt eigentlich. Das sind wir denn fertig. Das ist doch sehr überfällig. Eimer, du wolltest nicht mit mir spielen? Hab ich nie gesagt. Nee! No! Also muss man zwei Games gewinnen, oder wie? Yeah! Tatsache! Hallo Maxi. Hallo Lufu. Das ist der... Jeremy, guck mal nicht in die Karten. Um unseren Kanal und unsere Ehre. Oh, danke schön. Kein Ding. Oh, oh. Guck mal, was du gemacht hast. Guck mal, was du gemacht hast. Okay, das geht auch. Oh, Musiker recht. Oh, dann wird gut. Machen wir auch nochmal. Ach, gut. Wir machen ein gutes Team, Maxi. Hier. Ja. Yeah. Warum? Nein! Was machst du? Albert! Nein, ich... Maxi ist nicht ein Team. Wir sind auf dem Team, Albert. Machst du was nicht? Gutes Team. Wow. Ich mach so. Oh, Maxi. Oha. Das Brain. Das Über-Brain, sag ich nur. Ich hab Rick und Morty dreimal durchgeschaut. Bist du ein Loser? Oh nein. Was soll ich nochmal machen? Wapaaat! Nein, Jeremy, warum hast du deine Plus 2 nicht reingeschmissen? Hier, ich guck dir die ganze Zeit in die Karten. Du bist doch reingeschmissen. Du hast sie wieder. Weiß gar nicht, was ihr habt. Sag, welche Karten hab ich dann noch, Albert. Plus 80. Ne, sag gar nichts. Schau mal hier. So. So. Hörst du mal bald auf, ey. Hörst du mal bald auf, ey. Hörst du mal bald wieder auf. What goes around comes back around. Warte. Oh, Mann. Nein. Nein. Ach, komm schon. Ich dachte, ich hab gehofft, dass Jeremy keiner hat. Ich hab gesehen, Puport wäre ich. Ich dachte mir so, hm, alles auf Jeremy. Geil. Aber nein. Alles auf Jeremy. Geil. In C2 oder C4, sag ich. Cool. Wow. Mach was, bitte. Mach egal was. Ja, wechsel. Mach, ja. Na gut. Du setzt jetzt doch mal aus. Nichts mehr für mich, ja. Nichts mehr. Hey. Dankeschön. Hey. Hey. Kontak. Nein. Ich bin gar nicht mehr dran. Was trinkt das nochmal? Ah, wir sind voll im Ding. Wir müssen schnell machen. Zeit, Druck, Zeit, Druck. Wuuu. Nein. Mann. Tschüss. Jetzt wartest du mal. Warte ich schon die ganze Zeit. Er ist weg. Wow. Ich kann nichts machen. Ja. Hey. Verrückter Mongo. Verrückter Mongo. Nein. Let's go. GG. Der Konter. Der Konter. Oh, man. Die ganze Zeit. Okay. Okay, Albert. Wir zeigen denen jetzt, wo der Hammer hängt. Im Warnschrank. Willst du also zeigen, wo der Hammer hängt? Dann zeig mal. Ja, zeig mal. Komm, zeig. Nein. Nee, komm. Zeig doch. Du hast gesagt, du willst du zeigen. Aufhebel. Hammer. Wow. Musste das sein? Ich spiele ab jetzt meine Karten, als wären sie Digimon. Ey, go Behinderte, ja Jungfrau Mon. Behinderte mehr? Mehr Jungfrau Mon. Man macht sich nicht lustig über Behinderte. Also okay. Man macht sich einfach nicht lustig über mehr Jungfrauen. Über Jungfrauen, nicht aber über Behinderte. I did not want this to happen. Ich hoffe, du musst nicht ziehen bleiben. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wow. No. 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 So viele. Maxi. Ja? Leg die acht. Jeremy. Leg die acht. Kann ich nicht. Du bist dran. Ja. Oh, cool. Danke. Nein, ich wusste mal die Farbe. Ich wusste nicht, welche ich nehmen soll. Was will du mit einer Eins? Ne? Da, Eins. Mal rot wie Alpertsblut. Das nimmst du zurück? Hmm. Ja. War nicht so wie es nicht. Ich leu. Oh, okay. Das ist doch gelohnt. Schon. Oh, ey. Oh. Ich mag die Farbe mehr. Nein, Maxi. Nein, Maxi. Nein, Maxi. Nicht grün. Ah. Das ist richtig weiß Farbe. No. Doch, das ist grün. Das ist deine Farbe. Yeah, yeah. Ja. Albert war wieder ein richtiges Team-China. Keine Ahnung. Hä? Oh, geil. Oh, was? Ja. Nein. Das geht eigentlich nicht so schlecht aus. Ach, Mann. Trotzdem kannst du nicht spielen. No. No. Oh, meine Farbe. Ah, hier. Okay, nochmal. Hey, das darfst du nicht. Jamie, warum ballerst du nicht rein? Schau mal, Maxi. Jetzt muss ich mehr. Konnt ich nicht. Ich hab gerade zwei. Ich konnte nicht reinballern. Ich hab's gerade erst gezogen, Alter. Alter, warum ballerst du nicht rein? Ja, du hast doch Bock zu ballern. Okay, aber ich spiel die auch noch. Noch die hier. Und die hier. Ich wusste, dass da ein paar kleine 9. Maxi, deine plus 4. Finde ich eigentlich ziemlich unwirklich. What? Das ist deine Wahl, Albert. Deswegen. Nee. Das ist nicht deine Wahl, das ist meine Wahl. Das ist immer noch meine Wahl. Deswegen will ich Geld. Ich hab gesagt, das ist meine Wahl, verdammt nochmal. Nein. Kann wer kontern? Kann wer kontern? Nein? Ja, du. Verdammt. Nein. Kommt auf die Karte. Kommt auf die Karte. Okay, glaube ich. Das ist gut. Fünf. Noch eine? Nee. Der hat's können wechseln. Hast du noch ein paar? Nee. Ach so. Komm schon. Hey, du hast jetzt mehr Karten als ich. Bla, 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 bla. Das geht, Alter. Oha. Hier, eine 6 für dich. Hier, ein Aussetzer für dich. Mehr Jungfrau-Personen. Wee, 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 wee. Du, Opa auch. Nein, nein, ich hab doch, ich hab doch. Haa. Wee, wee, wee. Wee, wee. Was ist denn? Wollen wir lachen, ey? So eine Karten, ey. Ach, ich weiß nicht. Ich freu mich, vier zu ziehen. Hexenmeister. Boah. Das vorhin war doch nur ein Crank. Hm. Tu es. Tu es. Okay. Na, was? Doch. Komm, Jeremy, zweimal kannst du dich weghauen. Noch mal rein. Nein. Hä? Das ist eh. Hast du auch gemacht. Mach das so. Ich hab mich, während ich am Zugang war. Letzte Runde hat er es gemacht. Und jetzt ist er überrascht. Zu was? Ich spiele nicht. Kennst du Uno nicht? Doch. Das ist als wär's Mau Mau. Nur als er bei Uno. Hallo, sowas habe ich zuletzt in der Grundstelle gespielt. Also gestern. Schickt mal. Ja. Gestern war Flüge. Freitag. Hey ihr lieben Leute, was geht ab? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, drückt uns doch die Daumen nach oben und schreibt was in die Kommentare, was ihr am besten fandet. Und natürlich nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und schaut auch bei unseren Freunden vorbei. Ansonsten Leute, weitere Videos sind auch eingeblendet. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Pow. Pitfall. Pitfall. Bis zum nächsten Mal. D Nutzen roster.